Ich bin in der Retritte seit 2008 und seit 20 Jahren bin ich am Zentrum Chrétien für die Edukation des Adults, am Zentrum Convict. Meine Formation ist, ich bin Philologe, ich bin in der Philologie klassisch, ich studiere an der Andiologie. Meine Fertigte war wie ich studierende, weil das war zu Leuwen, also Louwain, und da war ein Hommelier, also ein Geistlichemfang, der gelebt hat. Meine Fertigte war, dass ich von dem Konflikt geschwet, aber von einer ganz anderen Sicht wie die ich hatte, und heute nämlich in Großpalästinien verteidigt. Und ganz schärf, ganz klar. Und ich war komplett skandalisiert, weil mein Background aus Gansani ist das von Dahem gewischt. Also das für dich gehört, wo ich da konfrontiert zu gehen und ich war an kompletten Widerstand, eine kompletter Auflehnung. Und das habe ich wirklich jahre und jahre, und ich habe vielleicht jahres hängt, gebraucht für eine andere Sicht zu kreieren. Zum Beispiel eine Person, die ich immens bewunderte, das war Goldamir. Und jetzt muss ich sagen, wie ich da war, ich war eine Autobiografie, ich war wirklich enthousiast, die Femme fort, die Personalität fort. und ich habe immer Bewohner da gerne gehört. Aber später habe ich gesehen, wie sich auch geäußert hat zu den Palästinensern, zu der ganzen Problematik. Und das hat mich wirklich skandalisiert. Seitdem ich die Reis mordgemacht habe in Israel-Palästina, so konnte ich wirklich meine Wühe, ob das Gans da erinnern, wie ich schon einmal ein realistischer, oder weiß, für die Sachen umzugehen, mordgehe, oder dass ich mir, wie soll ich so sagen, meine Information ist mir komplett gegangen. So gebe ich so hin. Und ich war auch wirklich ein Defensor inkonditionell von Israel, ich muss das ehrlich so hin. Und die, so schon wirklich meine Approche dazu geändert hat, weil ich fand, dass das nicht geht, dass es dann ein Staat, die solche Station, die Person der Düsse haben, so hin könnte. Fährt so aus, zu drücken. Und ich merke da schon berechtigt, dass es sich da ersetzt, für das das sich ändert. Aber wir haben natürlich dann auch dort Möglichkeit gehört, Algorithmen, die verschiedene Facetten von Konflikten kennenzulernen. Und das ist die einzige Schlechte, die man nicht mehr begegnet hat, oder konnte begegnet, das war in Kolon, Kolon, Kolon in Israel. Ja, mit Algorithmen, wo man wirklich begegnet hat, das hat ja wirklich so den Eindruck, ja, weil da, das finde ich immer wütend, auf das Ganze. Und die Sachen, die mich auch wirklich geschockt haben, wie auch zu beheben, das ist furchtbar. Also das hat mich wirklich deprimiert. Ich muss das ehrlich sagen, die Stadt, wo ich ein Checkpoint auf dem anderen war. Und ich bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit habe, wirklich auch Platz, immer ein Ausmusst, für die ganze Sache zu machen. Es hat mich einfach wirklich hochgezogen, und ich muss das so machen. Und ich finde auch, dass ich nicht mehr an mich gehe, also, dass man einfach zu viel geht. Ich merke schon, dass der Komitee eine wichtige Rolle hat, die Sensibilisation auch bleibt. Weil ich meine ganz viel Leid, und ich brauche noch mit meiner eigenen Familie, zu gucken, wie wir eine Vision unilaterale haben. Und ich meine, der Komitee ist schon ganz wichtig, für die Leute teilzunehmen. Das ist ein Devoir von einem Adult, dass er sich informiert, so gut wie es geht. Und das gehört einfach auch zu einem demokratischen Verständnis von einem Situation. Das ist ein Devoir.